Willkommen in der berühmten Art Gallery, Heimat der großartigsten Kunstwerke der Welt. Ihr schlüpft in die Rollen von Tourguides und wetteifert um die beste Route durch das Museum, während ihr versucht, eine stimmige Abfolge der Gemälde zu finden. Wer an der Reihe ist, muss zwei Aktionen ausführen. Spiele zuerst eine Handkarte aus, um deinen Tourguide durch das Museum zu bewegen. Spiele eine weitere Handkarte, verdeckt zu dem Gemälde aus. Neben dem sich dein Tourguide befindet. Nachdem jeder viermal an der Reihe war, kommt es zur Verteilung. Die Personen mit dem jeweils höchsten Gesamtwert erhalten die Gemälde und legen sie vor sich ab. Wichtig! Die Reihenfolge der gesammelten Gemälde darf zu keinem Zeitpunkt geändert werden. Bei Spielende ermittelt ihr für jede Symbolreihe die wertvollste zusammenhängende Kette gleicher Symbole. Diese zählen als Punkte. Für gesammelte Souvenirplättchen und verbleibende Handkarten erhaltet ihr zusätzlich Punkte. Wer die meisten Punkte hat, gewinnt! Art Gallery – ein taktisches Gemäldesammelspiel für zwei bis sechs Personen ab zehn Jahren. Mit Elementen von Gegnereinschätzung, Bluff und Timing, Set Collection sowie 48 weltberühmte Gemälde auf großformatigen Karten. Wie ist es jetzt? Untertitelung des ZDF, 2020